Herzlich Willkommen zurück zu einer Let's Play ARK weiterhin hier mit Jan. So, dann kümmern wir uns doch erstmal hier um die, um diese kleinen Kücher hier. Eins, zwei, na komm her. Oh, das sieht bei Schnicker aus. Oh, oh, okay, in Ordnung. Junge, wo bist du? Ich töte gerade Tiere, weil du wieder zu faul warst. Hä, zu faul, Alter, was ist denn jetzt? Jetzt die, jetzt die Scheiße haben wir. Ich hab Hunger. Wo ist mein Essen? Haben wir noch Essen? Ja, an... Woll da, Hessen. Ja, hab ich schon gefunden. Braucht deine Hilfe nicht. Da, 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 da. Da gibt's gar nichts dazu. So, 120 Leder hab ich schon wieder gefarmt. So, was, was hast du? Mach jetzt... Alter, ich kann nicht sehen! Hilfe, Sonne! Ehhh! Pfff! Abstoß! Bin wieder da. Ja, komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Ja, ich hab getrunken, Junge. Wir tun Upgraden tun. Ja, was? Oh, what the fuck? Hier, guck. Können wir das machen? Wir können das machen? Wir können das machen. Oh, das sieht auch schick aus. Das war's aber. Aber das find ich gar nicht. Oh, das find ich auch. Ja. Also, da will man direkt das hier machen. Guck mal. Oh, mach mal kurz! Oh ja, ich bleib mich am Boden. Oh ja. Und das ist jetzt Stein, oder was? Ja. Also, das ist die nächste Stufe, die wir so machen können. Oh, das ist echt schick. Also, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, normalerweise... Normalerweise stehen wir beide voll auf... Ähm... Holz, ne? Auf Holz, aber... Komm, dann machen wir jetzt. Ja. Okay, ich bin dabei. Ich muss farm gehen. Ich will bauen, ich muss bauen. Okay, ich muss mir mehr Stroh besorgen. Das sollten wir eigentlich jetzt hier haben. Ja, dann musst du die Keule mitnehmen, ne? Weil der gibt mehr Stein, der Typ. Eigentlich brauchen wir die alte Keule, ne? Nee, die andere Keule gibt nicht mehr Stein. Der gibt mehr Metall. Der gibt jetzt mehr Stein, den wir jetzt haben. Also, eigentlich schon der Richtige, der da ist. Ach, geht nicht. Doch. Ah, geht auch noch rum? Nein. Auch? Nein, Jan, ist sickig so. Ja. Bist du dir da sicher? Ja. 1. 1. Ja. Soll ich erst googeln gehen? Muss ich googeln gehen? Ja, kannst du ruhig machen. Ich weiß, was ich sage. Nicht. Inventar öffnen. Du, du hast schon 100... 100, 100, 110 Leben, Alter. Wer? Soll du, du... Drachen können kommen, Alter. Der ist auch schon baut, geil, 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 geil. Gucken wie das aussieht. So, Windrad ist auch im Bau. Weiß. So, Windrad ist fertig, Jan. Okay. So, und so wie ich das jetzt verstanden habe, muss ich das hier, also die Wand platzieren irgendwo und da muss dann das Windrad hin, ne? So, irgendwie war das, ja. Ja, aber das ist... Das ist oval, Jan. Wo hättest du denn gern das Windrad ran? Oben ans Haus? Das wird nicht funktionieren. Oben ans Haus ist ja irgendwie, weiß ich nicht. Hier oben wird zum Beispiel super ranpassen. Hier oben drauf auf diese Kante. Ja, irgendwo hin, damit wir... Also ich kann es jetzt auf diese Kante hier oben draufsetzen. Mach mal, hör mal. So. Heiß, Alter. Und dann... Ach du heilige Scheiße, ist das riesig. Okay, bitteschön, Jan. What the fuck? What the fuck? Alter! Warte... Warte, ist denn das hier jetzt? Windrad. Kannst du dich dagegen stellen? Und das erzeugt jetzt Strom, oder was? Ja, da brauchst du jetzt irgendwie noch... Guck mal dran, ne? Ja, aber ist schon ziemlich hardcore grad, oder? Wollen auf jeden Fall mehr Wände da vorne, oder? Also generell so einen kleinen Turm... Ja, guck mal hier hinten. Hier. Hier sind Zahnräder. Das bedeutet, hier drin, glaube ich, muss man den Turm bauen, oder? Ich glaube, das Teil treibt dann irgendwas an, kann das sein? Kannst du die Wand auch wieder abnehmen, warte mal? Geh, abnehmen. Dann müssen wir auf jeden Fall so einen Turm mit Fundamenten... Kann man das abnehmen? Naja, aber mach erst lieber das Ding da vorne. Ja, mach du doch. Du weißt, wie das funktioniert. Alter, ich hab Panik, dass ich irgendwas scheiße baue. Das war echt scheißen teuer, jetzt ohne Flex. Ich bin irgendwie da ran. Äh, aufgehen. Hat's geklappt, oder ist kaputt? Ich hab... Das hab ich, das hab ich... Nö, das eine Ding ist kaputt gegangen. Weiches? Die Wand, oder das Windrad? Windrad. War's teuer? Ja. Ja. Macht nichts. Wir müssen irgendwie einen Turm bauen aus diesen Wänden. Mal den da am besten drauf bauen irgendwo. Ja, oder wir müssten einfach nur höher bauen, oder nicht? Das, was du da hast. Wenn das jetzt zwei höher wär, diese Wand, dann könnte man's ja ran bauen. Ja. Okay, wir haben ja... Okay, wir haben ja... Man sieht hier schon, Jan. Ja, wir haben ja für diese Nacht ja Licht. Also, hier ist ja Licht. Und im Haus ist ja auch Licht. Also, wir sind ja jetzt nicht ganz im Dunkeln, Jan. Ne? Mal wie geil das aussieht. Mal wie geil das aussieht. Auch von innen hier. Was ist das? Ja, ein paar Stromkabel abgerissen. Äh... Ja gut, aber hier drinnen ist es natürlich jetzt schon geil mit dem Licht, ne? Ja. Äh... Das sieht echt gut aus, Jan. Aber jetzt musst du Stein, ohne Ende Stein haben, ne? Also, ich brauche jeweils, zum Beispiel, für ein Fundament... Ja. Brauche ich 40 Holz, 80 Steinen, 30 Strom. Das ist schon happig. Das ist echt schon happig. War sie cool, oder? Ja, das sagt ja auch gar keiner, aber es ist eben wirklich happig, ne? Also, billig ist was anderes. Haben wir Zeit, ne? Ja. Weiß sowieso nicht, warum manche Leute uns so stressen, wenn wir hier am Spielen sind. Wir haben von Anfang an gesagt, Leute, dass wir hier nicht auf der Flucht sind, ne? Genau. Also, äh... Was bringt es uns, wenn wir jetzt hier einen dran lang ziehen und dann alles das, was wir wollen, gar nicht gemacht haben, Leute? Richtig. So dumm einfach. So. So. Ich sollte vielleicht erstmal mein Level setzen. Äh... Na, Kampfschaden. So. Ähm... Ja, was fällt an? Also, wir müssen zusehen, dass wir dieses Teil wieder gebaut kriegen. Also, das Teil, was du ja jetzt hast, Jan, kannst du ja hier in die Bergbank tun. In diese mittlere, in die neue. Äh... Weil dann kann ich sehen, was ich bauen muss noch alles, weißt du, wieder. Also, wir brauchen auf jeden Fall Holz, Leder, Metall und Stroh. Dann kann ich das Windrad wieder bauen. Also, es geht eigentlich. Wir müssen nur ein bisschen mehr Metall braten, Jan. Also, Gas machen. Ja, richtig. Also, ich geh jetzt noch mal ein bisschen farmen. Wo ist die Tür? Da. Warum ist die Tür eigentlich im Eingang weg? Weil ich doch da Dinges gemacht hab. Ja, das sieht schick aus. Neue rein. Mit Türrahmen und so. Echt schick. Neue von Ikea rein. Ja. Hoffen die Türen? Genau. Alter, ich glaub noch zwei Level, dann hat mein Adler 1000 Ausdauer. Nice. Ich find's mega nice gerade. Wir kommen heute aber auch irgendwie schon wieder gut voran. Klar ist unser Plan eigentlich gewesen, Leute, das andere Windrad da zu benutzen. Aber, äh, man sieht ja, dass wir dann wieder nicht richtig bauen können. Und wir hoffen einfach, dass wir durch den Mod, äh, besser bauen können, ne? Oh. Aber, abwarten und Tee trinken würde ich sagen. Erstmal ist Farmen angesagt, dass wir wieder Materialien kriegen. Dass ich die Materialien da habe und die wirklich dann auch erstmal nutzen kann. So. Und wieder ein paar Materialien. Ach, das war die andere Höhle. Genau, Leute, da können wir auch noch mal farmen gehen später. Ich glaube, wenn ich jetzt die Ausdauer auf 1000 habe, Jan, danach level ich ihn dann auf Schaden. Oder auf Leben, dass er nicht gleich, wenn er von irgendwas angegriffen wird oder so gleich umfällt, wie so ein... So ein Wasserwack? Ja, richtig. Weil man weiß ja nie, ob man wie letztes Mal den roten Raptor wegscheuchen muss oder so. Ja, es ist aber jetzt... Also das muss man jetzt ganz klar sagen, durch die zwei Lampen ist es aber schon angenehmer jetzt hier, Jan. Also ist nicht schön, aber ist schon okay. Ja, wir brauchen kein... Wir brauchen Bratenes Metall. Können wir das da hin? Ja, ich versuche jetzt erstmal wieder die... die Sachen voranzubekommen, ne? Die wir brauchen. Ähm... Gebratenes Metall. Metall, Leder. Ja, okay. Na, Stein in die Steinkiste. Cool. Mal hergeben. Stein machen. Nämlich eigentlich mal herstellen. Ne, dahin gehen. Ähm... T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. So. Erlerne auf... Okay. Achso, äh, wer vielleicht gerne Ark spielt und möchte zur Zeit, äh, im Summer Cell das, äh, den Season Pass von Ark haben, kostet zur Zeit 10 Euro. Ob er noch da ist, wenn ihr dieses Video gehört, können wir nicht versprechen. Aber bei Ark kann man zur Zeit den Season Pass für 10 Euro kaufen und das ist schon ziemlich günstig. Günstig. Wenn man ganz ehrlich ist. Wer gerne Ark spielt, ne? Das ist ja alles eure Entscheidung. Dazu wollen wir uns mal nicht, äh, äußern. So. Es ist auf jeden Fall angenehm mit den zwei Lampen. Man läuft hier wirklich nicht, nicht mehr in, äh, mit deinem Dunkelhäupt. Totale Finsternis, Alter. Brauchen auf jeden Fall Dünger so langsam, also ich hoffe, dass er jetzt hier mal so langsam Dünger herstellt. Dann kriege ich echt hier gleich mal einen Köttel. Aber hier hinten sieht man nichts. Okay. Wir hätten echt größer bauen müssen, ne? Äh, ja, du stehst sehr toll. Wir hätten echt größer bauen müssen, ne? Wenn man jetzt so ganz ehrlich ist. Äh, ich glaube, ich glaube, nö. Nö. Unser Narkotikum sieht auch schon ziemlich gut aus. Wir haben 150 50 Narkotikum. Ich glaube, da können wir uns nicht unbedingt, äh, beschweren, Jan, zur Zeit. Äh. Guck mal, ich hab ja gerade was gesehen. Hier ist noch ein Mischpott unten drin. Ja, dann stellen wir doch hier nochmal ein Mischpott unten auf den Boden. Äh. Tag, so, nochmal zwei Mischpölde. Äh. Hier hätten wir sogar noch ein Beet. Ne, das ist kein Beet, das war nämlich das Rezept, richtig, Kevin? Bauplan. Mhm. Also das wird dann wohl nix. Du bist schon ein bisschen durch den Wind heute, Kevin, oder? Und nächstes Mal wieder mal auf den Weg den anderen Steinklopper dazu holen oder Metallklopper, wie auch immer. Wir haben so Stein ohne Ende. In der Hauptwerkbank liegen 332. in dieser Werkbank liegen gut 300. Wenn wir nicht alle so kreuz und quer hätten. Ja. Aber wenn ich Metallfarben gehe, bringe ich ja ohne Ende Metall immer mit. Und ich glaube, in die Kiste habe ich auch schon wieder Metall gelügt. Äh. Wo ist das denn, Alter? Für ein... Ui. Da ist richtig Glas drin. Haben wir Kristalle und fünf Metallbarren? Wir sollten schon Kristalle haben in irgendeiner Werkbank. Äh. Ich habe Metall schon gefarmt. Und wenn es hell ist, kann ich auch gerne nochmal welche holen. Wie, du kannst jetzt echtes Glas bauen, oder was? Leute, ich kann ja sofort zeigen, wenn ich auch ein bisschen Metall habe. Alter, wie ist die Nacht voll hell seit, wo jetzt die Lampe hier ist. Megageil einfach. Und dann kommt das ins Fenster oder einfach so hinsetzen? Ich habe voll Kaffee los. Mal herstellen. Mal machen, nice. was trinken, Leute. Oh, mitkommen. Ein Ohr mit. Also nur zu eurer Info, Leute. Wenn wir nochmal Probleme mit dem Server kriegen sollten und dafür fällt eine Folge aus. Ich und Jan haben das schon so grob letztes Mal schon gesagt. Wir werden dann zu 100% wow. Zu 100% beigehen und werden dann eine Infovideo hochladen. Also es wird niemals arg ausfallen, wenn nicht ein technisches Problem da steht. ne, Jan? Das wird dann gezeigt. Guck mal, man kann sogar einstellen, ob man rausgucken will. Wow. Wow. Von außen kann man nicht reingucken. Wow, guck mal raus, Alter, man sieht gar nichts. Wow, 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 wow. Das finde ich schon cool. Kannst du das Design ändern? Kannst du auch in beide Richtungen machen. Braxton, unser, das kann man. Da, wow, ah, ah. Wollen wir raus und reingucken oder nur von von Boah, wir haben noch keine Spieler. Kannst doch beides machen, Jan. Sag mal, ich hab das noch. Oh, hallo. What the fuck, Alter. Das mit dem Design ist doch mal fett. Das sind Texturen, Junge. Order for Life. Ja, aber jetzt mal ohne Scheiß, Alter. Man merkt das gar nicht, dass die Texturen da sind. Sorry. Können wir uns den Glasfußboden machen? Dann sehe ich dich, wie du unten läufst. Nicht geil aus, Alter. Das sieht wirklich mega aus. Wollen wir den Boden so lassen oder wollen wir auch in diesen Steinturm machen? Nein, auch... Mach mal anderes. Mach mal noch. Was kannst du noch machen? Das kann ich machen. Das finde ich nicht so toll. Das sieht nicht so toll aus. Entweder dieses hier. Das sieht auch nicht schlecht aus. Wir können es ja immer wieder ändern. Ich lass das jetzt mal so nochmal. Sieht aber schon geil aus. Nein, mach mal Stein. Was ist das andere? Oder? Alter, ich kann mich schlecht entscheiden. Nein, die sind beide geil. Ich brauche auch die ganze Zeit hier so. So mache ich, so mache ich. Das tut mir gerade ganz ehrlich leid, aber es sieht wirklich beides gut aus. Das soll gucken, wenn wir dann später einen kompletten Fußboden hier gelegt haben. Ja, richtig. Draußen würde ich Stein lassen. Hier. Ja, die Wand wollte ich so in den Stein lassen. Das hier meine ich. Also, wenn man reinkommt. Das hier würde ich Stein lassen. Und den hier neben auch. Und das da auch. Richtig. Aber das mit der automatischen Tür aufmachen, kannst du das bitte ausstellen? Ja. Ich finde es nervig, sorry. Findest du nicht? Wenn du da in die Nähe kommst, geht die Tür auf, wo du gar nicht rausgehen willst. Alter, das wir selber aufmachen, aber das dann wieder schließt, können wir ja einstellen. Ja, richtig. Weil man kann ja einmal E drücken, Alter. Das ist ja lecherlich. Ganz normal. Richtig. Findest du es nicht nervig? Wenn du nur da hinläufst und dann auf, zu, auf, zu. Also mich stört das. Oh, Jan hat Tisch und Stühle hingestellt. Sitzen. Oh. Hallo Jan, wie geht es Ihnen? Guck mal, die Nacht ist vorbei und wir haben uns gar nicht aufgeregt, dass es dunkel war. Oh, es war dunkel. Ich sehe nichts mehr. So, und wir sagen vielen Dank fürs Einschalten. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.